Willkommen liebe Leute zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Diesen Samstag, das ist der 9.6., gibt es einen Livestream von mir. Und bevor jetzt alle so, was, da ist doch das Deutschlandspiel. Ja, der Livestream startet erst nach dem Deutschlandspiel. Das heißt, es gibt keine genaue Startzeit, sondern der Livestream startet circa 10 Minuten nach Abpfiff. Bedeutet ungefähr halb elf, viertel vor elf, ja. Ja, es gibt einen Überraschungsgas und ich kann auch jetzt schon mal, um die Gerüchte vorwegzunehmen, es ist niemand, der schon mal hier war, vor der Kamera beim Livestream. Also ihr könnt gerne Leute ausschließen, also davon wird niemand kommen. Auf jeden Fall gibt es einen Überraschungsgas, wer es ist, wird nicht verraten. Schaltet einfach ein, es wird eine sehr lustige Nacht und die wird auch wahrscheinlich ziemlich, ziemlich, ziemlich lang werden. Aber, ja, ich freue mich drauf, Samstagabend gespielt wird alles mögliche, werden wir mal schauen. Und wir werden tierisch viel Spaß haben. Ab 23, also wie gesagt, ab 22.30 Uhr, 22.45 Uhr wird dieser Stream starten. Je nachdem feiern wir, ob Deutschland das erste Spiel gewonnen hat oder nicht zum EM-Start. Und ich freue mich, wenn viele da sind, Chat wie immer, Hedi92 Live, auch über die Own3D-Seite zu erreichen. Aber ihr könnt euch auch das Chatzilla-Tutorial angucken. Dann wisst ihr, also ich habe auf meinem Kanal unter Tutorials, ein Chatzilla-Tutorial, falls ihr das, den Chat lieber anders offen haben wollt. Link findet ihr einmal unten oben, also den Link zum Livestream findet ihr einmal unten in der Beschreibung. Einmal rechts auf meinem Kanal und einmal oben rechts bei dem großen, orangenen O. Ja, damit bis Samstag, beziehungsweise bis zu meinen nächsten Videos. Bis dahin viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi. Bis dahin viel Spaß mit den Videos.